Ok, ich wiffle das zusammen. Ja, es gibt halt auch dieses andere Prinzip, dass man halt sagt, man gibt wirklich einen ganz kleinen Stromimpuls auf die Muskulatur, um die Muskulatur zu aktivieren. Ich kann ja noch ein bisschen drehen. Ja, weil ich verkehre. So wie hier, ne? Ja, da hast du die Muskel gebraucht. Ja. Ich bin richtig. Hier in der Position. Mhm. Du hast jetzt hier schon die Sehne und die Muskeln. Mhm. Ok. Gut. Gut. Jetzt steuern. Jetzt nochmal, dass das gut durch die Vergangen ist, dass du keine... Ich muss doppelt überprüfen. Die ist besser, ne? Da ist ein bisschen Strom. Ich kriege ihn wirklich. Ja, das ist also so wenig, dass ich nur aufrufe. Ok. Okay? Ja. Ja. Okay, kannst du ein bisschen deine Muskeln bewegen, siehst du, hier, dabei hast du jetzt Das ist richtig viel, also versuchst du das zu bewegen? Versuchst du das einspannen, also locker, locker lassen? Okay, das sieht gut aus, und jetzt kannst du auch das einspannen Einspannen, locker lassen Okay, jetzt habe ich vorne in der Atem, genau was, also jetzt habe ich das einspannen Einspannen Locker lassen? Ich weiß nicht, ob das... Jetzt, was machst du jetzt? Versuch das also, viel, viel Kraft machen? Okay, aha, ja Ja Und ganz, also locker und... Jetzt ist es locker Mhm Gut Alles klar Gut 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 Well